Und somit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Ghost Eine Runde Spiel mir Herrschaft So und zwar hier vor uns haben wir direkt die Flagge Die Gegner haben genau dasselbe Deshalb würde ich mal sagen, ich renge gleich in die Mitte rein Weil meine Teamkollegen hoffentlich hier Die Position einnehmen Außer die haben denselben Plan Die Frage ist nur in der Mitte, ich will irgendwo oben So kommt man Irgendwo oben, irgendwie hoch Ich kenne mich ja auch noch nicht so gut aus So wir haben auch hier, ich glaube den Vorteil zum Hinkommen Ich lege mich mal hin Damit die mich nicht so sehen Ja super Konnten die auch von rechts kommen Oder noch von links Da bin ich mir jetzt unsicher So warte mal, C C ist doch hier Na toll, runtergerutscht und gestorben Ah super Alter was geht bei denen ab Hallo Hallo Team Halt ihr das Bond in der Nähe von C und Nicht C ein Hallo Ganz ruhig Kollege Warum nehmt ihr kein C ein Nein Komm man Auf Entfernung Hey irgendwie Ich pack's einfach nicht Mit dem Controller auf Entfernung Klappt nie so ganz Da hab ich auch gar nicht so richtig Bock drauf Auf Entfernung zu kämpfen Was haben wir Ein Volltreffer Er ist schon tot So das sieht aber ein bisschen schlecht bei uns aus Zur Zeit Wir haben immer nur C B ist neutral zur Zeit So wir flitzen hier einmal unten durch Mit dem Elementar Error So eigentlich wollte ich halt rutschen Aber wir hatten nicht mehr so richtig gesprintet So kommt da keiner Ja genau 3 Leute Und der schießt auf mich So was Bravo Auf die Füße Auf die Füße Fußfetisch Tot Alter So jetzt haben wir alle Punkte Okay So Satcom Wir liegen in Führung Wir haben B verloren Wir verlieren C Oh Leute Was macht ihr Alter ich kann sowas von nicht zielen Ja brauchst mir nicht sagen Ich weiß es auch so Na toll Jetzt stirbt er So ich probier mal zu Charlie Zu gehen Ja schauen gegangen Schnell anreden Hallöchen Alter Nicht mal ein Hitmarker Von Assist Gibt's ja gar nicht Aber dafür einmal ist Magazin leer So steht er da Okay So äh ja toll Ja Ich hätte eh nicht mal so viel reißen können Wenn meine Waffe schon leer war So bei A Kommen Nicht so viele Wollt man sagen Mir gar keiner So dann gehen wir mal zu Charlie So guck mal Der spawnt hier Und nimmt nicht C ein Das gibt's doch nicht Alter wie lange das dauert Alleine Wow Erschrocken So und der ist gleich zu A Ist mir grad sowas von egal Alter ist lag Danke Wow Wow Mit lag Ist jemand hinter mir Und so Na und Oh Hund Schade Aber das laggen ist grad nicht so nett So geht es So wir haben C und B Alter was geht denn jetzt grad ab So für mich bin ich grad voll gut Ja es geht nicht zu Charlie Holt euch A So Kollege Einmal gerettet Oh da kommt welche Gar nicht gut Alter du Idiot Leg dich halt hin Ist so auch okay Ich hab ja grad ein bisschen Schiss So alleine Weil ich hier nachladen sollte Wohl wir haben B Machen wir das Oracle an Den hab ich gesehen Kollege So wer hat er geschrieben Einer von uns Alter Ich wollte noch eine Granate reinwerfen A ist so gut wie verloren wohl So Oracle Geh mal an Ich versteh nicht wann es immer angeht Das versteh ich nicht so ganz So wer jetzt kommt Ich seh's Oracle gar nicht mehr So Ah jetzt hat er glaub ich was geworfen Und dann Verrät er seine Position Und beim Schießen glaub ich auch So wo lauf ich hier eigentlich Einmal zu A Oh genau Guck mal ich bin da hinten Und den vorderen Auf den schießt er nicht So C haben wir Ah sieht ganz gut aus So ich will jetzt mal hier mein Udin Weil ich keine Ahnung hab was das sein soll Das mal einfach so benutzt Oder eigentlich Also nicht benutzt Ich hab's einfach mal so Genommen Nur das Problem ist Die nehmen hier wieder schön ein Okay Wo soll ich mich hinsetzen überhaupt Das ist mein nächstes Problem Wo soll ich hin Wo soll ich mich verstecken Irgendwo oben oder so Hier in der Ecke ist auch blöd Was Alpha Weil ich treff halt nix Oh oh Hund 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 Der bleibt Ah Meine Granate Wow Heiei Der Hund bleibt einfach so Nein Alter so ein Drecks Köter Warum ist er jetzt so lang stehen geblieben Muss ich das verstehen So was zur Hölle ist Odin Juggernaut Vorräte Wo sind meine Kollegen eigentlich Juggernaut Blendgranaten Na toll jetzt bin ich tot So ach ich kann die auch markieren Okay So irgendwie verstehe ich das nicht so ganz So mein Juggernaut ist tot So der ist staunen gegangen Machen wir hier so ein Rauchen Aber wenn es nicht hier viel bringt So na toll der ist staunen gegangen So ok Eigentlich ganz lustig Ich weiß gar nicht wie das aussieht Also mit der Markierung und so Tja Kollege Ich hab dich gesehen So Warte der macht auch grad statcom Na wie krieg ich das wieder weg Ja Gar nicht Na super Keine Ahnung wie ich das jetzt wegbekommen hätte Jetzt haben wir zwei So Oh die kommen glaub unten rum Na na Oh Oder war das oben Irgendwo war es markiert So warte Wenn wir hier hinten sind Wir haben Bravo verloren So Nein 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 So eine Drohne Die sieht man ja kaum Ist ja voll winzig So einmal assist So alter Falter Warum geht er nicht down Gibt's ja nicht So verloren Der Feind hat B Feindliche statcom gesichtet Wir verlieren Alpha So von Oh shit Das hab ich grad so im Augenwinkel gesehen Wie das so ein scheiß Geschütz aufstellt Das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke Das Geschütz direkt von vorne Hallo Blind So kurz nachladen Ja super Immer dann Wenn ich vermutbar bin Dann greifen die Hühner an Na zwei Unfair Es war ja natürlich wieder klar Mann die machen das wieder fertig Wir sind in Führung man Alpha wird gesichert So bei C Warte mal wenn ich von der Seite komme Kann ich vielleicht Das Geschütz austricksen Wir haben die Führung verloren Na nicht gut Feindliche statcom gesichtet Bravo gesichert So alter Hallo Drehen mal Messern So go 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 Da kommt schon wieder einer angerannt Wie ich's schon wieder geahnt hab Hallo Hinter mir Na super Da wo ich ihn gar nicht gebrochen kann Und wieder bei C So eine C Ist noch blau Komm nimmt ein Das ist ein knappes Ding Drei Punkte Da ist schon gerade einer gerannt Wo rennt der hin Wir liegen in Führung So Oh come back Was geht Wir gewinnen diesen Kampf So oh yeah Wir sind wieder Schön in Führung Komm Push 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 Auf A Der Feind hat A Feindliche statcom gesichtet So ich hab ja mal nicht geflasht Oh Hallöchen Schnell sichern 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 Wir verlieren C Wir kommen von der rechten Seite Wir verlieren Alpha Wir haben schon die Führung Oh je Alter 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 Dreckscontroller So Alter Schon wieder Oracle Jetzt geht's ab du So Hier kannst du in die Ecke nachladen Wie schaut's aus Oracle Geh mal an Zeig mir was Zeig mir was schönes Zeig mir Ja okay Toter Gegner ist auch okay Alter Der wurde nicht angezeigt So ich balle einfach irgendwo rein So Alter wir haben so viel noch gewonnen Ich mein Eigentlich Boah 24 Punkte Ich mein bei 165 war mir so ziemlich Gleichstand Wir haben noch 10 Punkte gemacht Und wir 40 So in dem Dreh Das war eine ganz schön enge Küste Tatooie Kone формat Dreh Du Ich Dreh Dreh Vielen Dank.